Herzlich willkommen, ich bin der Christoph und heute geht es mal um ein paar Probleme rund um das Thema Backup im Zusammenhang mit verschlüsselten Dateien. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann abonniert meinen Channel und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann benutzt doch das Glöckchen. Vor vielen, vielen Monaten hatte ich ja mal zwei Videos gemacht zu dem Thema EFS-Verschlüsselung, das heißt Dateibasierte Verschlüsselung von Dateien und ich musste leider feststellen, dass es da ganz böse Fallen im Zusammenhang mit dem Backup geben kann. Dieses Problem konnte ich reproduzieren mit Ashampo Backup, mit EasyOS Backup und natürlich auch mit Synology Active Backup. Ob es mit Acronis dasselbe Problem gibt, das weiß ich nicht, das müsst ihr probieren, ich hatte jetzt keine Testversion, um das zu probieren. Hier auf diesem Rechner habe ich Ashampo Backup, ich zeige es dann auch noch mal in EasyOS und in Synology Active Backup. Das gleiche Problem, ich öffne hier mal das Ashampo. Hier ist das noch ganz human, weil Ashampo Backup natürlich das gleich sofort auf das Problem hinweist. Ich gehe mal hier auf Fehler da zeigen und das heißt, ich habe hier ein Verzeichnis gesichert, das ist ein Verzeichnis Test und man sieht, dass er hier gleich moniert, dass er die Dateien nicht sichern kann. Das Verzeichnis habe ich hier auf meinem Laufwerk erstellt, rechte Maustaste Eigenschaften erweitert. Sehen wir, diese Dateien werden hier mit der EFS Verschlüsselung verschlüsselt, die in Windows integriert ist und nur zum Test hier, die Dateien lassen sich hier ganz normal öffnen. Die sind jetzt leer, kann man nicht wundern, aber die kann man hier ganz normal öffnen. In Ashampo sehen wir das dann so, wenn ich gehe auf zum Beispiel Wiederherstellen, Test, Weiter, dass das Verzeichnis in dem Backup leer ist. Zumindest hat Ashampo hier darauf hingewiesen, dass die Dateien nicht gesichert werden können. Hier bin ich jetzt mal auf einen zweiten Rechner eingewählt auf Arbeit. Hier habe ich das EasyOS To Do Backup seit 2024 drauf und wir sichern, also ich erstelle jetzt hier gerade eine neue Aufgabe für ein dateibasiertes Backup und hier will ich mal den Ordner 2024 aus meinem Wirkordner sichern. Wir sehen, hier sind Verzeichnisse drin und hier sind natürlich zwei Dateien drin. Gehe mal hier auf OK. So, wir wollen jetzt nicht in die Cloud sichern. Gehen wir mal auf meine NAS. Und da stellen wir hier ein Backup. So, jetzt sichern. Da wird ein kleines Weichen. So, jetzt sehen wir, das Backup ist erfolgreich abgeschlossen. Wir kriegen sogar ein Häkchen, was ganz frech ist. So, machen wir mal weg. Gehen wir mal auf Wiederherstellen und schauen in das Backup rein. In den Ordner 2024 und wir sehen, in dem Backup sind die Dateien nicht enthalten. Also auch hier in Angebote oder Arbeitsbericht oder Mahnung ist sozusagen, sind zwar die Verzeichnisse drin, aber alle Dateien sind nicht enthalten. Also, das heißt, sollte jeder mal kontrollieren, ob er davon betroffen ist. Jetzt schauen wir uns mal das Active Backup an. Das habe ich auf demselben Rechner laufen. Und wir sehen, die letzte Sicherung ist hier komplett vollständig abgeschlossen. Es gibt auch keinen Fehler. Und jetzt gehen wir mal in das Active Backup rein. Es ist im Prinzip auch mein Ordner, der mitverschlüsselt ist. Also, zum Beispiel hier diese Bedienungsanleitung. Die würde ich jetzt gerne mal downloaden. Dann kommt diese Fehlermeldung. Oder wenn wir jetzt wiederherstellen gehen, da passiert überhaupt nichts. Also, da kommt noch nicht mal eine Fehlermeldung, dass nichts wiederhergestellt wurde. Und die zweite Variante ist ja hier das Image zu öffnen vom Active Backup. Dann könnte ich ja jetzt sagen, kopiere nach. Wir nehmen jetzt mal einen Ordner. Hier stelle ich die Datei wieder her. Und da habe ich die wiederhergestellt und versuche, das Dokument zu öffnen. Und die Datei kann nicht geöffnet werden. Bei dieser ZIP-Wiederherstellung, manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Ich habe es nicht herausgefunden, an was das liegt, warum das mal geht und mal nicht. Liegt vielleicht am Alter oder ich weiß nicht, ob sich die Zertifikate nach und nach erneuern und das nur mit dem aktuellsten geht. Und wenn das ein älteres Dokument ist, dann ist das noch mit der alten Verschlüsselung im Backup enthalten. So, Problemlösung. Bei Ashampoo Backup funktioniert das ohne Probleme, wenn man das Backup, also wenn man ein Voll-Backup macht. Das heißt, ein Festplatten-basiertes Backup. Bei EasyOS ist das das Gleiche. Bei Active Backup habe ich da keine vernünftige Möglichkeit gefunden, das irgendwie zu ändern. Das heißt, ich habe hier mal testweise eine Datenpartition erstellt. Die heißt jetzt hier Test und hier habe ich auch das verschüsselte Verzeichnis drin. Das heißt, hier sehen wir, verschüsselt. Okay. Das letzte Test Backup sehen wir, das ist erfolgreich gelaufen. Wir können uns das ja nochmal ansehen. Das heißt hier, das ist die Quellpartition. Endless inkrementelle, ohne Backup-Zeitplan und bei nächster Gelegenheit machen. Okay, okay, okay. So, Backup- Benachrichtigung und Fertigstellen. So, Backup jetzt starten. Können wir mal kurz durchführen. Wir sehen ja, das Backup läuft. So, Sicherung ist abgeschlossen. Jetzt gehen wir mal auch wieder herstellen. Nehmen die Test 2. Weiter. Hier können wir gehen auf Dateien und Ordner wieder herstellen. Weiter. Wir können jetzt die Test Partitionen im Backup öffnen, direkt als Verzeichnis. So, da ist die schon geöffnet. Sehen wir, das ist die Test Original und das ist sozusagen dieses virtuelle Laufwerk, was von Ashampo Backup geöffnet wird. Gehe ich hier rein und hier kann ich ganz normal die Dokumente öffnen, ohne dass es ein Problem ist. So, woran liegt das? Das liegt daran, dass Ashampo Backup zum Beispiel hat ein eigenes Benutzerkonto, was Administrator ist, aber halt nicht das Verschlüsselungszertifikat besitzt, um die Dateien zu entschlüsseln. Also sieht es zwar die Dateien, aber es kann auf die Dateien nicht zugreifen. Bei EasyOS ist das das Gleiche. Wenn das EasyOS und Ashampo unter demselben Konto laufen, wie der Benutzer, dem die Dateien gehören, dann geht das ohne Probleme. Aber das würde bedeuten, dass der Benutzer, wenn der dann auch ein Vollbackup machen möchte, also das heißt ein Festplatten basiertes Backup machen möchte, Administrator sein müsste, um Zugriff aufs ganze System zu haben. Das empfehle ich natürlich nicht. Lösung in dem Fall ist, dass man zwei verschiedene Backup-Softwares benutzt. Das heißt, also man kann das leider nicht je Backup-Auftrag splitten. Das heißt, wenn man das Festplatten basierte Backup machen möchte, dann nimmt man einfach Backup-Lösung 1, macht halt diese Festplatten-Sicherung zu Ziel 1 und hat halt das komplette System gesichert. Die Datei basierte Datensicherung, die macht man ja in der Regel, um in die Cloud zu sichern. Da will man ja jetzt nicht den ganzen Rechner mit sichern, weil das häufig sehr, sehr lange dauert dann das Backup. Da würde man dann die zweite Software benutzen. Die müsste dann unter dem Benutzer laufen, also mit dem Benutzerrecht laufen, was Zugriff auf dieses Verschlüsselungszertifikat hat. Bei Ashampo Backup kann man das in den Diensten einstellen. Also da gibt's ja unter Windows die Dienste und da haben wir hier zum Beispiel das Ashampo Backup und hier sehen wir, dass das unter einem von Ashampo erstellten Backup-User läuft. Hier könnte man jetzt seinen eigenen Benutzer reinmachen, dann könnte man die Datei basierten Backups mit der Verschlüsselung machen. Bei EasyOS kann man das innerhalb der Software einstellen. Bei Active Backup ist das so, wenn man die kompletten Platten sichern möchte, dann geht das gar nicht. Und wenn man jetzt das Datei basierte macht, dann müsste man halt den Active Backup Client Dienst auch das entsprechende Konto zuweisen. Auf jeden Fall solltet ihr das überprüfen. Wie gesagt, hier bei Ashampo ist es mir sofort aufgefallen. Bei Active Backup ist es mir aufgefallen bei einer Wiederherstellung, was natürlich dann super ärgerlich war, dass das nicht funktioniert hat. Zum Glück habe ich noch andere Möglichkeiten, Daten wiederherzustellen, die aber nicht jeder hat. Und bei EasyOS ist das ganz schlimm, weil der einfach ein erfolgreiches Backup anbietet und aber die Dateien gar nicht erst mit gesichert hat. Also es wird gar nicht erst angezeigt, dass Dateien nicht gesichert werden und die Dateien sind im Backup nicht enthalten, ob jetzt unverschlüsselt oder verschlüsselt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Wie gesagt, über ein Like freue ich mich. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, abonniert den Channel. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann bitte das Glöckchen. Tschüss, euer Christoph. Joe. 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 Steve.